ARD Text im Auftrag von Funk Und los geht's Leute hier Hat gar nichts Und jetzt? Copy Mod Data Ah ne das, 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 das dort, jaja das geht, das geht dann ganz schnell Nice So session 2 Cool Wollen wir ein Parasaurus nehmen? Ich mach's jetzt einfach Welches Level bist du eigentlich? 32 Hab's noch ein 64er Baby Parasaurus unter uns Ja der hier hängt grad zwischen den Bäumen drin Kann man ja tamen Ja liegt Ja warum? Wollen wir jetzt auch mal in die Eiswelt diese Session? Ja Weiß, weiß nicht Parasaurus ist betamt Was geht's? War's Parasaurus? Male Ja Warte das hier ist Female Male Gertame den doch Ja hab ich schon Ist getamt Ja nein den 5 22 Wo ist er denn? Ach da Nee geht grad nicht Ich bin jetzt hier Eigentlich am craften Hey hier ist ein Baby Parasaurus Male Level 12 So, jetzt ess ich das Kano-Ei, nyam, lecker Kano-Baby, Monty. Ey, erst mal auf Passiv stellen, du sollst die Heiden ab Terror machen. Schiegt, hier ist ein Bären. Ich bin einfach Narkotik-Bären, was, das zählt nicht. Ein bisschen vermeiden. Abm, High-Level, 77. Der ist höher gelevelt als ich. Achso, kannst du ja dann für die alle mal einen Sattel machen. Für die brauchst du ja nicht viel für einen Parasaurus. Parasaurus. Heid, 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 heid. Heid, heid, heid. Heid, heid, heid. Heid is a Missy. Woll. Der Raptor schläft mir gleich ein. Ne, warum? Keine Ahnung. Will ich das? Nein, das ist der Raptor. Oh, mit Parasaurus. Bist du deinem blöden Freund. Wollen wir bei denen nur Raidskill? Nein, auch Leben. Sollen ja schon überleben. Aber Movement-Speed kann man bei denen machen. Hey, du schlägst dann Parasaurus. Ja, was soll ich denn machen? Ich will hier raus, ich hab keinen Sattel. Oh, wenn der Raptor kriegt die Heidslevel ab. Bleib mal bei dir. Ja, ich will hier. Jetzt driss doch. Noch ein Level ab. Komm schon, komm schon. Ja, bleib mal drauf sitzen. 600 Leben. Ups, sorry. 600 Leben, mies. Parasaurus kann ich, ja, ich kann auf sein Inventar zugreifen. Hier kriegst du mal ein bisschen Boot und Stein und so. Kannst du den 77er auch noch verwerten. Ja, kommt mal mit. Ne, die bringen wir jetzt einfach erstmal nach unten. Also wollt... Also bauen wir jetzt erstmal ein Boot mit dem Haus drauf. Ja, können wir machen. Aus Stein am besten, oder? Ey, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder Parasaurus, dass du hier auch noch drin festhängst. Ne, geht nicht, häng dir fest im Baum. Was würdest du hier? Was ist denn für ein Gate? Was ist das ganz große? Ne, das ist doch geil. Das hat mehr Leben als die anderen Gates nochmal. Das hat mehr Leben als die anderen Gates nochmal. Wenn ist ein Schlingel? So, äh, was brauchen wir? Ja, gut. Warte, ich bring gleich Wood mit. Der Parasaurus bereitet ja ein bisschen Wood. Oh ne! Scheißvieh, ey. Ich hab das gar nicht gemerkt, dass ich auf den drauf gekloppt hab. Der sagt dir auch nicht. Dummes Tier. Äh, ja, kannst mal... Ah, ich kann aufs Inventar zugreifen. Warte, dann bring ich noch ein bisschen Hyde mit. Ich geh dann hoch, ein bisschen Steine zufangen. So. Haben wir wieder ein bisschen Hyde. Ist auch nicht schlecht. Da. Wollen wir jetzt immer noch. Aber ich hab jetzt die ganzen Bauteile für das Boot. Jupp. So, jetzt kann ich die Waffen wieder wegstecken. Ah nein, ich bin hier High Speed unterwegs. Ich hab ein Level ab! Ja, hab ich auch Level. Dann bin ich 75. frisch. Hier riecht das, dieses heilige Level ab. Ruf uns Speed. Komm schon, oh! Ja, ich fahre vielleicht ganz nach unten. Nieuuu. Ich brauche ich mal ne Treppe von ganz unten bis in diesen zweiten Stock, sozusagen. Ähm. Ne, das sieht ganz schön abgehackt aus, wenn du da hoch rennst. Wirklich witzig. Mhm. Kommst du hier hoch? Okay. Kann ich hier offen lassen. Oh ne, ich wollte ja gar nicht hin, ich wollte ja zum Boot. Äh? Lol. Ich hab grad ne Foundation gesetzt und ne Steinwand kommt raus. Äh? Willst du mich verarschen? Ich hab' nicht noch irgendwo ein Boot. Wir hatten da mal noch zwei Boote übrig. Ich hab' keine Ahnung. Hey, das Spiel will mich grad verarschen. Soll ich nur so ein kleines Haus drauf bauen oder wollen wir auch mit Tier? Ich kann keine Wände mehr setzen. Ich kann keine Wände mehr setzen. Das ist auch das Problem. Ich will das hier dran setzen. Hallo. Ey, was soll denn der Mist? Das ist ne Stein Foundation und keine Wand. Testen wir mal was. Hä? Alles klar. No collision. Wand kann ich jetzt nicht mehr setzen, Leute. Äh, Mann. Toll. Hä? Ach Mann, ey. Ist noch da? Wird's gut. Ja. Ich hol mir jetzt den lilanen Drop, der da hinten ist. Also wenn ich manchmal nicht ansprechbar bin, ich guck mir grad nebenbei noch ein YouTube-Video an, ne? Weil ich find das, ich find das entspannt, wenn man nebenbei noch was gucken kann. So. Oh. Hey, wie hat der Dustin denn unser Schiff dort aufs Land bekommen? Das war der Dustin. Ja, wie hat der Dustin geschafft? Ah, ne. Nein, ich weiß wie ich es geschafft hab. Ja, das ist ein Bug. Das ist so ein Bug, den das Schiff immer hat. Weißt du, da denkt das Schiff, da ist unter ihm noch Wasser und gleitet noch weiter und ist dauerhaft auf dem Wasser und dann kriegst du das dann nicht mehr weg. Das ist aller Schwachsinn. Das hätt ich dir auch sagen können, dass das ein Bug ist. Ist ja klar, dass das nicht normal ist. Komm schon, komm schon. Geil, Zementpaste, Explosives Device und Spark Powder. Fett, alter. Hat sich ja jetzt schon voll gelohnt schwimmen zu gehen. Gehe, Jack! Nein! Ey, hier ist noch so ein Schiff, das hier rumpackt. Hehehe. Hat genau das gleiche Problem. Von The Last Knight. Was ist denn dein Problem? Was ist denn? Oh, oh, geil. Ja, ja, hier ist ein Baby-Raptor. Level 40. Nice. Nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein, nein, nicht ins Wasser. Ganz schlechte Idee. Shit. Nein! Das Ding erseuft. Toll! Ich hab kein Fleisch dabei. Ah, scheiß drauf. Jetzt hab ich Fleisch. Mist, Mann. Ja, ich guck mal, ob ich hier auf der gegenüberliegenden Wasserseite mal irgendwas zum Thamen noch finde. Jo. Ey, hier ist ein Trike Level 108. Oh. Elu Level 68. Ja, der liegt. Soll ich den Trike tamen? Ja. Also wir haben jetzt ein Dilo Level 86. Na, das ist gut. Ah, ich lass das Trag mal in Ruhe. Ich glaub das, da krieg ich zu viel Schaden, wenn ich jetzt gegen das käme. Ja. Gut, ich könnte jetzt Betäubungspfeile für die... Ah, ich glaub ich mach... Ich hab mir eigentlich gedacht, keine Betäubungspfeile für die Longneck Rival zu machen. Aber ich glaub da mach ich jetzt mal ein paar... So zehn Stück oder so. Könnte doch mal ganz praktisch sein. So. Mal sehen, ob ich jetzt hier noch ein Tier finde oder nicht. Guck. Geh mal, ähm... Geh mal bei Double Doors raus, da ist so ein schönes Boot vor mir. Von... Von uns hier. Warte. Was ist da? Haben die schon aufgebaut. Ein Boot. Spezialboot jetzt, um Tiere zu holen. Ja. Bei Double Doors. Ja. Ah, was macht denn die Lufthusaurus da schon wieder? Hallo, hier bin ich. Soll ich hier erst nur eine verpassen oder was? Achso, ich muss mal meine Shotgun ausrüsten. So. Hä, wo ist der Dido? Ah, da ist das Boot. Ich springe mal gerne hier neben von meinem noch nicht fertigen Balkon runter. Ey Mensch, ist dieser Dido blöd, gleich verpasse ich dem nur einen Shotgunschuss. Ich benutze diese Tür, ich benutze die Türen nicht, gar nicht mehr. Ich springe immer nur von meinem Balkon runter. Ah. So. Ein Krüppelraft. Das sieht ganz cool aus, ganz deutsch. Kann man hier auch... Bin mir nicht so sicher, da fehlen auch Rams, ne? Ja. Oder der, oder? Ich hab's nicht gebaut. Ah, hat der Cuel gebaut? Ja. Ja, fehlen noch, äh. Warte ich mal Rams. So. Gut, ok. Ah, ein Skorpion. Hallo. Wow. Level 96 Skorpion. Wow. Hilfe. Hier ist kein Fiber. Hier aufs Dach. Boah, das machen wir jetzt zu viel Arbeit. Ne, komm. Weil ich geh einfach hoch in die Base und hol mir da ein bisschen was aus. Ja. Level 96 Skorpion haben wir jetzt. Geiler Shit. Alter, wie viele Biber wir haben. Habt ihr... Ja. Drei Stück, oder? Ne, gestern. Alter, der Skorpion ist gleich Level. 100... Ich glaub 42 oder sowas. Ich glaub das ist jetzt das zweite Mal, dass wir mal so einen richtigen schönen Baseplatz haben. Ja. Und hier ist... Außenrum ist kaum was, gell? Weil die Höhle war ja auch eigentlich ziemlich nice. Alter, Level 142 Skorpion. Nice. Weil die Höhle war ja auch ziemlich geil, aber... Ey. Warte deines Amtes. So, ich bring noch ein Dilo mit. Level 16. So, ich bring drei Tiere mit. Das passt drauf. So, ich bring drei Tiere mit, das passt drauf. Ich hab 120 Muten. Machst du 130 und das schickt dann. Ja. Haben wir auch eigentlich dann alle. Also auf der Joel, der hat natürlich 150. Ne. Hat der nicht. Ne. Mitkommen. Guck mal hier mit meiner Armee. Alter. Ja. Der Skorpion, der ist richtig übel. Guck mal welches Level. Sieht ganz cool aus. Mit den, mit seinen Tiger Krallen vorne und dann noch dieser rote Strich. Schöne Orstenhaus. Wir müssen die Tiere halt jetzt bald mal alle nach oben verfrachten. Zumindest die, wo man Sattel drauf machen kann. Die Dilos können wir ja unten lassen als Tanks oder auch hier Ablenkung. Boah, wir haben jetzt schon zwei High-Level Skorpione. Das ist schon mal gut. Das ist jetzt ein richtig schönes Transportschiff. Oh. 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 Ach, gerade weil ich so viel Spaß am Tamen hab, guck ich nochmal, ob ich irgendwo was finde zum Tamen. Ey, guck mal, hier ist ein Babydodo. Der ist wirklich kleiner als die anderen Dodos. Ja, ich geh mal kurz Tamen, gell, ich bin nicht weit weg hier. Kann ich mal mitkommen? Ne, einer muss bei der Base bleiben. Das ist halt das blöde, wenn man zu zweit ist, oder auch alleine, wenn du alleine bist, du kannst vielleicht mal kurz auf die andere Wasserseite gehen, aber mehr kannst du nicht machen. Weil es ist einfach viel zu gefährlich. Hallo, was ist mit dem Loli jetzt? Ich will den nicht mehr haben. Hallo, jetzt mach dich doch mal ab. Alter, Loli, schlag einmal auf den Dodo drauf, ich hab grad fünf Prime Meats. Oh oh, da drüben ist ein Kadaver. Was denn? Was? Ein toter Trike ist da. Ja, ja, ja. Ich weiß, was ein Kadaver ist, aber jetzt so eins vom Spiel her oder einfach nur ein toter Trike? Ein toter Trike, ich weiß nicht wovon, ich sehe keine Tiere. Auf sowas musst du immer achten. Kann auch sein, dass das Spieler waren. Gut, muss noch nichts heißen, gell? Wir müssen ganz auf die Zeit gucken, wie lang der da schon liegt. Ja, das ist mir egal. Weil, du weißt schon, das war ein Spieler, weil normalerweise bleibt ein Kadaver bei Tieren nicht da liegen. Die fressen den. Ja, stimmt, der wird aufgefroren. Ja, der wird aufgesprochen. Die fressen deine Leiche auch sofort auf, wenn du an den stirbst. Ich bin noch mal kurz weg, ich hol mir noch was kurz was. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 naja und wo lag jetzt der Dilo? Kein Plan, doch da... ...instant getamed ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, shit Hmm, shit Hmm, shit Hmm, shit Hmm, shit So, weiter geht's Hmm, shit